Oh ja, Halbschuhe, aber nicht die richtigen. Turnschuhe, der Mann zieht doch keine Turnschuhe an. Aber die, die er jetzt anhat, ja doch, die haben schon ziemlich Stil, aber die Farbe wäre ihnen anders ganz geil, eventuell. Ja, in braun, so wie immer. So, ob wir ihm wirklich dieses Hemd geben wollen? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Hm. Sieht das jetzt besser aus? Ich bin mir nicht sicher. Wir machen es einfach so, ihr schreibt es in die Kommentare, was für ein Hemd er haben will, und dann ziehen wir ihm das einfach das nächste Mal an. Mal gucken, ob er dann so ein, wisst ihr da, so ein sexy rosa Hemd bekommt. Oder, keine Ahnung, irgendwas gestreiftes hier, oder er zieht das an. Ich glaube, wir lassen ihn erstmal das anziehen. Ne, läuft doch. So, machen wir doch mal die Abendkleidung. Ach, das ist ein Filter, ne? Ja. Wir sollten ihm einen marineblauen Anzug suchen. Definitiv. Und jetzt eine passende Hose dazu. Die ist es nicht. Die ist es auch nicht. Was ist mit der? Die ist es, wohoo! Okay, das ist zwar nicht ganz marineblau, aber hey, ich kann damit leben. Schwarze Lackschuhe wären ganz schön. Ha, hier haben wir hässliche Schuhe. Und jetzt brauchst du noch deine Brille. Junge, ja, hier, Brille, die hatte er in braun. Aha. Warte, das sind zwei unterschiedliche Brillen. Wow, warum hat der so eine riesige auf? Das sieht ja scheiße aus. Wer zum Hotel für hätte ihm diese Brille aufgesetzt? Das ist ja Vergewaltigung meiner Augen. Hach. Okay. Mhm. Okay. Ja, nee. Was? Gibt es diesmal keine vorgeschlagenen Outfits? Oh, ich finde die aber immer so cool. Oh, Moment, wir sind in dem falschen Menü. So, hier. Sexy. Oh, ja, ja. Nein. Golfplatz, Schnösel, lassen wir. Ja, 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 ich weiß, dass du keinen Sport machen willst. Ja, sowas und. Ja. Geben wir dir doch mal hier irgendwas Hübsches. Ach, machen wir das. Und deine Schuhe können wir gleich dazu lassen. Aber, Walt, du musst deine Brille aufsetzen. So leid, ist mir tot. Denn sonst siehst du ne... Eww. Ha, ha. Habt ihr das gesehen? Das hab ich in den Kommentaren gelesen. Ich muss einfach nur den Filter rausnehmen. Ha, voll cool. Den Filter. So. Nein, das wollte ich schon wieder nicht. Das wollte ich. Ha, ha. So, Schlafanzüge. Ich hätt ganz gern so einen netten, feinere Baumwollschlüber. Ne. Ist kein feinere Baumwollschlüber. Kann ich nicht akzeptieren. Ich würd's aber ganz lustig finden, wenn Walt da immer so durch die... Ja, komm. Walt läuft in seinen Feinrippschlüber durch die Wohnung. Definitiv. Aber natürlich immer mit Puschen. Damit die... Nein, komm. Wir können uns nicht so lächerlich... Damit... Wisst ihr? Damit die Füße nicht kalt werden. Hauptsache Puschen. Oder hat er da irgendwas anderes Hässliches, was er anziehen könnte? Na Quatsch. Komm. Zieht er seinen Baumwollschlüber an. So. Aus geht Kleidung. Da braucht er natürlich auch erstmal wieder seine Brille. Abgesehen davon... Uh, der Hut muss weg. Der Hut muss weg. Und er bekommt seine Brille. Ist das die hier? Ja, das ist die... Ja, das ist doch schön. So, vorgefertigte Looks. Mmh. Professor Sequel... Fledel. Die sehen alle scheiße aus. Wie kann man denn so rausgehen? Meine Fresse. Würde ich mich aber schämen. Bam. Ist da so, sollte er mal rausgehen. Hat das Street Credibility. Ja. Und wie, wisst ihr? Der Bitch, die Bitch ist einfach so richtig... Bitchy weg. Bitch, Bitch, Bitchy, Bitch, Bitch, Bitch. Oh. Oh nein, das wollte ich gar nicht. So wollte ich das. Ah, so kann er ja auch nicht weggehen, ne? Auch alles gar nicht sexy. So. Davon ja sowieso nichts. Mmh. Er ist böse. Ja. Davon auch nichts. Ach, ja, Walt. Zieh mal ein Pulli an. Wo ist er denn? Ja, lassen wir das? Hm. Ja, das gefällt mir auch nicht sonderlich. Bah, dieses Knackgeräusch ist so widerlich einfach. Unglaublich. Wenn ich das Ding hier sehe, muss ich einfach irgendwie nur an irgendwelche dreckigen SM-Spielchen denken. Und das möchte ich bei Walter einfach nicht. Oh, das Muster ist echt... Wow. Das ist einfach nur sexy. Juhu. Oh, gibt's das Ding in... Oh mein Gott, es gibt das in Rosa. Mmh. Mmh. Könnt ihr bitte das anziehen? Nein. Nein, 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 nein. Oder doch. Nein. Dafür kriegt er jetzt das. Ha. So. Nein. Hm. Dafür bekommt er aber auch mal eine schwarze Hose. Nee, eine graue. Nee, eine schwarze. Nein, eine graue. Weiger Gangster-Shit. Also, ich finde das sexy, ja. Seine Uhr sollte er mal ummachen. Beim Schlafen braucht er seine Uhr nicht. Er braucht aber definitiv Socken. Und seinen Baumwollschlüber. Oh Mann, er hat immer so lange Ärmchen hier. So ein Mist. Dass man gar nicht sehen kann, dass er so eine schicke Uhr umhat. Ach, beim Sport braucht er seinen Ring auch. Bullshit. Beim Schlafen braucht er Uhr und, äh, ne? Eben. Meine Rede. Ja, Objekt ist mega all. Danke. So, und seine Ausgekleidung gibt zu. Also, ich finde ihn sexy. Da sieht er ganz sexy aus, ne? Aber hier sieht er, boah, zum Anbeißen ist der sexy. Das ist unglaublich. Meine lieben Damen und Herren. Tja, braucht er dann auch sexy Schuhe für. Und zwar, mal wieder die hier. Woohoo. Ah, ne, in Weiß gefallen die mir nicht. Hat er die nicht noch? Ah, wir können auch dieses Ekelgrün nehmen. Ne, wir nehmen die Orangenen. Ne, machen wir das. So. Jetzt irgendwie sein Kopf noch ein Stück größer, bitte. Ne, jetzt ist er mir zu groß. Hm, geht das so? Erkennt man, dass das Walter weiß ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Sein Bestreben ist natürlich, also, naja, was heißt natürlich? Prinzipiell gesehen ist sein Bestreben natürlich die Familie und dieses wunderbare häusliche Beisammensein. Aber da ist auch wieder die Frage, ist es nicht eventuell eher die Devianz? Oh, nein, Wissen, Quatsch. Familie, okay, er zieht jetzt zu Crystal Meth. Da hat er seine Familie nicht. Da hat er weder seinen Sohn noch seine Ekelfrau. Oh, nun ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er jetzt sich wirklich der Kriminalität zuwenden sollte. Staatsfeind dieser Sim möchte sich Feinde machen und ein berühmter Verbrecher werden. Ich meine, klar, er ist Heisenberg, ne? Er muss sowas ja eigentlich tun. Ne, weil er heet the one who knocks. Aber ist auch wieder die Frage, ob wir das auf uns nehmen wollen, ihn zu einem Staatsfeind zu machen. Oder ob wir ihm, äh, ja, der Chemie näher kommen lassen. Ein Renaissance-Sim. Dieser Sim möchte in vielen Dingen gleichzeitig begabt sein. Hm, dieser Sim möchte sowohl belesen als auch geschickt sein. Und das möchte ein Computerfreak sein. Dieser Sim möchte alles über Computerwissen, vom Spielen zocken bis hin zu Karrieren. Nee, ich muss gestehen, da gefällt mir Staatsfeind doch irgendwie mehr. Er ist niederträchtig. Niederträchtige Sims wenden stärkere und erfolgreichere, gemeine Interaktionen an. Ja, okay. Das klingt doch prinzipiell gesehen gar nicht mal so schlecht. Haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht. Echt, doch, haben wir schön ausgesucht. Ich finde, dass das passt zu ihm. Ich finde, das passt. Zu Walter Weiss passt das. Hm, 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 hm. So, ich gucke gerade auf Twitter, was da so steht. Äh, aha, Frank die Robbe. Hm. Hm, interessant. Ich habe nämlich eben getwittert, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Ich nehme da meistens wieder auf. Irgendwelche Wünsche oder Fragen oder Robben. Und dann kam, ja, einmal bitte Frank die Robbe. Danke. Und Walter Weiss. Ja, lieber Lukas, das hier wird Walter Weiss. Und ich hoffe, er sieht recht genehm aus. Wenn nicht, könnte ich es ja auch mal versuchen, in Sims einen Walter Weiss zu erstellen. Ein Genie. Diese Sims sind häufig konzentriert, können mit anderen Ideen teilen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie ihre Mentalfähigkeiten eine gewisse Zeit nicht verbessert haben. Ja. Denn in der Serie ist er ja auch angepisst, dass er unter, äh, überqualifizierter Chemielehrer ist. Und so, ich werde gefragt, freust du dich auf Super Smash Brothers? Das ist schon fast mehr als, was? Ich schon fast mehr als auf Weihnachten. Werde ich gefragt von Einmöpi oder Kobi49. Ähm, keine Ahnung. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie mal im Leben Super Smash Brothers gespielt habe. Und jetzt alle so, what? Oh shit, oh shit. Ja. Muss ich zugeben. Sorry. Nämlich. Ich habe es auch gelegentlich mal gesehen, zum Beispiel auf der Gamescom, wo mal ein bisschen gespielt wurde. Und ich reile es auch immer noch nicht. Aber hey, irgendwann, ne? Irgendwann bin ich bestimmt mal vor der Smash Brothers Bro. Hm, was haltet ihr denn von Ordentlichkeit? Ist der ordentlich? Ich bin mir nicht sicher. Er ist auf jeden Fall ehrgeizig. Das haben wir schon mal. Materialistisch ist er absolut nicht. Genauso wie kindisch nicht. Chaotisch ist er nun auch wieder nicht. Etwas ordentlich, aber nicht sonderlich. Ein Snob ist er wirklich nicht. Tollpatschig ist er auch nicht wahnsinnig. Okay, liegt im Auge des Betrachters. Und ein Vierfraß ist er auch nicht. Ein Bro ist er definitiv nicht. Und er ist schon ein klein wenig böse. Diese Sims sind zufrieden in Gegenwart anderer Sims mit negativen Stimmungen. Können wahnsinnig lachen und über böse Pläne reden. Außerdem werden sie wütend, wenn sie mit guten Sims interagieren. Hm. Naja, ich würde behaupten, Walter ist mehr so... Äh, ich meinte Walter. Nein. Ich nenne ihn Walt. Walt ist mehr so der Einzelgänger. Doch irgendwie schon. Aber er hat ja immer irgendwen dabei. Also kann er kein Einzelgänger sein. Denn er sucht sich immer irgendwen. Hm. Familienbewusst. Ja, aber er hat gerade keine. Ist er gemein? Ich glaube, er ist gemein. Haben wir hier noch anderes, was wir... Oder wir nehmen einfach ordentlich. Ha. Weißt du, nimmst einfach keine Sozialfähigkeit. Du bist kacke. Sie ist ein Walt. So, den Haushalt hätte ich ganz gerne gespeichert. Beschreibung. Meine Tat-Natur funktioniert nicht. Walter Weiß. Nein, nein. Walter Weiß. Walter Weiß. Ein überqualifizierter... Ach so, ich glaube, jetzt habe ich es richtig geschrieben. Qualifizierter. Chemie. Lehrer. Mit... Keine Ahnung. Aufzugrinsen. Nein. Nein. Ja. Nein. 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 Ja, meine Fresse von mir aus. So, in meiner Bibliothek. Bäm. So, ich wollte noch was anderes tun. Häuser in Galerie teilen. Template bereits in Mediathek vorhanden. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Öffnen wir mal meine Bibliothek. Guck mal. Irgendwelche random erstellten Dinger, die schon vorher da waren. Walter Weiß. Galerie teilen. Hat das jetzt was gebracht? Hm. Hm. Okay. So, jetzt ist die Frage. Wow, eine Pinnwand. Krass. Oh, 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 oh. Alles löschen. Nein, abbrechen. Nimm das weg. So. Dann würde ich behaupten. Walter Weiß. Jetzt einfach meine... Oh, nein. Da war schon wieder dieses coole Bild, das ich haben wollte. Oh, mein Gott. Nein, wir müssen jetzt... Ja. Hm. Das ist doch sexy. Gebt zu, das ist richtig sexy. Oh, yeah. So, den lassen wir jetzt nämlich wo einziehen. Ja, das ist eine falsche Familie. Das ist die Familie Ranzkopf. Da. Lass sie doch mal. Lass ihn doch mal zur Familie humpen. Oh, mein Gott. Er bringt Geld mit. Uh. Uh. Hm. Hm. Der Fitzalchini wünscht sich in diesem Let's Play Tote. Also, ich glaube, das Bauen war definitiv noch ein. Denn ich wollte auf jeden Fall schon mal ein Sim... Ach, kommt schon, Leute. So leer sieht das nun auch wieder nicht aus hier. Ähm. Ich wollte nämlich definitiv ein Zimmer stellen, der etwas mit Montag zu tun hat. Und warum sollte Montag mal nicht sterben, hm? Wow, du siehst schon ziemlich blass aus. So, Walt, wie geht's dir denn, hm? Andeuten, Mutter sei ein Lama. So, Walt, wie geht's dir denn? Du willst also böse werden, ja? Das ist doch fein. Dann gehst du erst mal hier hin. Naja. Und holst du Rührei. Ne, Walt, das klingt doch eigentlich nach einem Plan. So, du könntest dir auch mal Rührei holen. Kann sie überhaupt kochen? Comedyband. Hm. Warum hat sie ein Comedyband? Muss sie lustig sein? Ja, ich hab gesagt, du sollst in den Kühlschrank gehen und wir was zu essen holen. Du brauchst nicht mit den Armen wedeln. Hm. Seht mal, jetzt sind schon zwei von den vier Stühlen besetzt. Ist das nicht schön? Ich find das schön. Jetzt können sie sich auch unterhalten. Ja, und wenn du dann einen Schrank hast, dann hast du einen Schrank. Ja, ha, 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 halt die Fresse. Hm. Wow. Walt hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Ah, er steht nicht so aufs Würsche waschen. Sie sollten lieber weiter über das Essen reden. Hm. Hm, was hat sie denn eigentlich nochmal für Fee-Eigenschaften hier? Da, die ist böse. Merkt er was? Die, äh, oh mein Gott, noch drei Tage, bis sie alt wird. Also nicht alt, aber... Hm. Hm. Hallo. Oh mein Gott. Jetzt haben sie Spaß. Aber die können sich doch nicht gegenseitig so anklicken. Wait, what? Oh mein Gott, hat sie gerade Asshole gesagt? Oh mein Gott, hat sie gerade Lama gesagt? Ich glaube, sie hat gerade Lama gesagt. Oh. Und sie dachte, sie, äh, ne, Instagram-t meine Runde. Wütend auf dem Laufband trainieren. Wisst ihr, ihr esst einfach mal weiter und wir können weiter einrichten. Das Wichtigste ist jetzt erstmal eine Runde Fenster. Irgendwas Hübsches. Ist das hübsch? Ist das zu groß? Nein, das passt da voll perfekt. Oh, das gefällt mir irgendwie. Hm. So, jetzt könnt ihr euch auch nicht mehr beschweren, dass das Haus keine Fenster mehr hat. Und ich schwöre euch, ne, wenn ihr jetzt sagt, das Haus hat zu viel Fenster, dann, dann, äh... 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 Lass mich irgendwas schlagfertig sagen. Dann nehme ich denen das Badezimmer weg.